Ich habe so ein cooles Band. Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist das Au-Pair-Family-Band. Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch mein Application-Video zeigen, und das war eigentlich echt nicht geplant. Denn das war mein allererstes Video, wo ich mich jemals überhaupt vor die Kamera gesetzt habe. Aber ich wurde es öfteren auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich das hochladen kann. Ich fand es jetzt nicht so gut, dass ich es unbedingt auf YouTube stellen wollte, weil ich, glaube ich, da das allererste Mal überhaupt vor der Kamera saß und geredet habe. Ich habe bestimmt 30 Mal gebraucht, um einen Satz zu sagen, schon allein, weil es auf Englisch war und ich mich anordentlich verhassbildet habe. Es ist 2 Minuten 59 Sekunden lang, weil ich mich als allererstes bei iUser beworben habe. Und da die Grenze ja bei 5 Minuten liegt. Ich habe mich ja im Nachhinein dann bei AFS beworben und da darf ich nur ein Video drehen, was maximal 3 Minuten ist. Und genau deshalb habe ich 2 Minuten 59, weil ich so viel rauskürzen musste und so viel wegnehmen musste. Und ja, die ganzen Szenen mit meiner Familie, wo ich wohne, Freunde und natürlich die Kinder, habe ich alles unkenntlich gemacht. Ich denke, ihr versteht das. Vielleicht hilft es euch ja zur Inspiration. Ich persönlich habe, glaube ich, jedes Application Video auf YouTube angeguckt. Deshalb dachte ich, wenn ihr es sehen wollt, hier habt ihr es. Viel Spaß! Hallo, liebe Future House Family. Hallo, Kinder. Mit diesem Video, ich möchte euch die Chance zu bekommen, eine kurze Impression von mir und meinem Leben. Mein Name ist Madeleine, aber all meine Freunde sind mich Maddie. Und ich bin aus der schönsten Deutschland. Ich live in einem kleinen Stadt in der Niederlande, in der Niederlande und nahe Hannover. Das ist unser Haus. Meine Familie ist sehr wichtig und das ist der Grund, warum ich sie gerne zu Ihnen wünsche. Das sind meine Eltern, mein Bruder, mein Grandparents und mein Boyfriend. Wir spenden viel Zeit zusammen, besonders mir und mein Cousin. Since my brother was born, I often take care of him when my parents are at work. I play with him, do homework with him, or drive him to soccer matches or soccer practice. I also had many internships, for example in a primary school or in a kindergarten, and there I learned how to teach the kids something new and for me personally it was a great experience. I got my driver's license in March 2016 and since then I nearly drive every day for example to school or just driving around with my friends. On my 18th birthday I got my own car. I'm a really comfortable and reliable driver. I would describe myself as an open-minded humorous girl who can laugh about everything and tries to see the positive things in life. I'm in my last year of high school and I'm going to graduate in June 2017. After that I want to become an au pair in the United States. More specifically your au pair. In my free time I love to spend time with my friends and I love to play soccer which I am doing for 8 years. I also love to play flute which I am doing for 7 years. Another hobby of mine is coaching a children's soccer team of 3-6 year old children and there I learn a lot in fact of taking care of children and of course entertaining them. The reason why you should choose me as your au pair is the fact that I love kids. I enjoy to spend time with them and to work with them and to play with them and one of my biggest wishes is traveling to the United States and I think live in an American family which shows me the American way of life will let my dreams come true. Thanks for watching my video. I'm looking forward to hear from you soon and to get to know your kids and I hope that we will have a great time together. Bye! Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und da ich kein Video machen will, wo ich jetzt zum Application Video irgendwelche Tipps gebe, weil ich denke, da gibt es echt genug auf YouTube. War es das eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!